Mitternacht Geisterstunde und das Telefon klingelt Gott sei Dank nicht Herzlich Willkommen zurück zu Darkfall in das Journal Ich wollte jetzt hier nochmal reingehen und wollte jetzt nämlich nochmal die Taschen ausprobieren im Dunkeln Licht aus Ne, geht nicht und drehen kann ich mich auch nicht Also wieder an Nebelschwaden weg Oh, immer noch Nebelschwaden weg Schade, ich dachte ich könnte zaubern und ich könnte euch jetzt die Nebelschwaden wieder zeigen Egal, wir gehen wieder raus Ja natürlich Ach, ich hätte es fast vergessen Wir müssen natürlich noch in die Bar, auf jeden Fall Aber jetzt gehen wir erstmal in die Herren-Toilette Erinnert ein bisschen so Unterwasser-Welt Hier kann ich auch das Licht ausmachen Ah ja, genau Hier war ja auch, stimmt, das Bild Hier hatte doch auch irgendwer geredet Achso, nee, jetzt gehen wir erstmal da nochmal reingucken Hier Hier? Ja Jetzt bin ich mal gespannt was wir jetzt erleben wenn ich jetzt die Brille aufsitze Vielleicht eine Szene wie sich Andrew Bernay den Wein aus dem Leib kotzt Oder wie sich Thomas mit seinem verliebten Schwengel Ja, ist ja egal Wir schauen einfach mal Ah ja, hier kann ich wieder nur so gucken Ja, da war es ja noch dreckig Äh, sauber Sorry Leute, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen Also ein bisschen, bisschen ist untertrieben Keine Ahnung, wie lange der Part hier Dauern wird Ja, das kennen wir doch alles schon Leute hier irgendwie Gut, zwar eigentlich mit dem Kreis aber Hm Was ist eigentlich da hinten? Kann ich mich jetzt auch umdrehen? Nee, kann ich nicht Doch, ich kann Ah ja, nur so Ja Ja, ich weiß doch Da Nee, kann ich nicht Was weiß ich? Ja, ja So, Licht aus Und natürlich kann ich mich nicht umdrehen Ich finde das echt merkwürdig Hm Hier passiert auch nichts Hm Sehr komisch So, wo kommen wir denn hier raus? Wahrscheinlich ist hier zu Ja Das dachte ich mir Okay, dann machen wir uns auf den Weg in die Bar Was ist denn hier? Warum kann ich nicht? Oh nee, oder? Oh nein, Keller Oh fucking shit Äh, lass mich bitte wieder hochgehen Das möchte ich jetzt Nein Ich hab gesagt, wir gehen in die Bar Ja Ja, ich hab doch einen Schlüssel Äh So Auch wenn das jetzt sicherlich Unheimlich sein sollte Ich musste grad total schmunzeln Also ich weiß nicht Ich fand das jetzt echt süß Die so, so Kirchengemälde hier 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 können wir uns doch bestimmt wieder Gespräche anhören Ja Ja, das war so klar Vielleicht sitzt jetzt hier der Verney mit dem George Oder auch wieder die Fly mit der Graybill Oder der Anthony Ach nee, der ist ja schon tot Ich hab keine Ahnung Mal gucken Ich hab eine große Artenmüche Die muss ich nur über die Tau Nettlich, aber sehr gut Fahrrad Tja Ich hab's nicht auch Ich glaub, uns steht kein Aufregender nach Oder Das ist auch wieder die gleiche Zahl Wie vorhin, ne? Wenn mich das jetzt nicht täuscht Äh, ja, das war jetzt der Verney Der Verney Der, ja Bisschen gesoffen hat Und der Betty zugehört hat Und dem George Seine tollen neuen Konstellationen erzählen wollte Und hier sind Schiffsbrüchige Die hätten ja auch noch mal Eine letzte Nacht aufräumen können Ganz ehrlich, ne? Da komm ich ja richtig hier in die Stimmung mitzuschunken Was ist denn da ein Aspirin? Was war jetzt hier gerade? Ne, es war nur Dame Ich finde sie richtig spannend und interessant und angenehm auch Ritter Na, kann ich jetzt hier ein bisschen sauf, ne? Ein bisschen Bier trinken, oder was? The Tau Bier, das hat sie doch Dem Thomas Ins Zimmer gebracht Aha Scheint leer zu sein Aber ganz ehrlich, ich möchte auch nicht 100 Jahre altes Dau-Bier trinken Also Old Dau, okay, aber nicht so alt, bitte Ja Ja, hier ist ja was los Jetzt schauen wir erst mal das hier aber nochmal an Was ist das denn? Achso, das ist ein Arm Was ist denn das hier? Alice im Wunderland, oder was? Oder Die hat doch hier so Weizen in der Hand, hm? Die Ballade von Tom Oliver Der Junker Tom war tapfer und stark Am bürchender Hof wurde er groß Er marschierte mit Cromwells Armee Kämpfte lang und hart für ihr los Mit seinem Freund will er Griff er das Schwert Und schwor den Cromwellschen Treue Sie marschierten voll Stolz Und die Herzen voll Feuer Auf das Frieden im Handland sicher neuere Des Königstruppen bekämpften sie Kühnen In Schlachten lang und wüst und blutig Klavallieren erwiesen sie keine Gnad Sondern töteten sie sie alle ganz mutig Doch dann verdunkelte sich Cromwells Geist Sein Begehr ward verkrümmt und verwirrt Seine Männer waren hungrig, kalt und müd Ohne Säult ihre Treue verwirkt Junker Tom stand mit traurigem Blick im Schlamm Und mit brennendem, wundenem Herzen Er packt seinen Sack und verließ seinen Herrn Denn voll Cromwells erlitt er nur Schmerzen Nach Dossett lenkte nun Tom Seinen Schritt an der Seite Sein bester Freund Will Sie gedachten der Heimat mit wehendem Sinn Und schworen, das Schwert schwirkt nun still Doch Cromwells Soldaten Verfolgten bald, gar, gar bald Die Junker zum heimischen Wald Sie hetzten gar ruchlos bei Tag und bei Nacht Die Junker mit bösen Gewalt Und wehe, Tom war verletzt am Bein Sein Blut fährt die Erde ganz rot Im Dauertown-Gastor versteckten sie sich Will, wehnte den Freund beiner tot Und alle Hoffnung fahren dies Will Er dachte, sie seien am Ende Zu ihren Verfolgern eilte er schnell Und wurde Verräter bei Ende Er führt sie ins Gasthaus von Dauertown Wollt Tom in Kette nun fangen Doch unten im Keller war niemand mehr Tom war verschwunden, vergangen Obwohl die Jahre vergangen sind Und alle Balken vermodert Erklingt Toms Schrei noch tief in der Nacht Ein Schmerz, wie der Feuer lodert Schön Teilweise hat sich gut gereimt Teilweise auch nicht Gefällt mir Werde ich jetzt jeden Abend zum Einschlafen singen So, hier war doch hier Hier war doch hier Achso, hier kann ich wieder nur gucken Tima Tick und Tock Tick und Tock Tick und Tock Tick und Tock One of many Tie One too many Also einer von vielen Und einer zu viel Da hat wohl jemand ziemlich viel gesoffen Tima Tick und Tock Tick und Tock Die Uhr schlägt Tick und Tock Ja Bitte wieder So, oh hier ist das Klavier Ja klar, das können wir uns natürlich auch angucken Ah, das Bild erstmal Wunderschön Die Burg von Dauertown Keine Ahnung Oh nein Jetzt fällt es mir gerade wieder ein Wir haben ja ein Musikrätsel dann noch Oh fucking shit, Alter Ja, genau Und warum kann ich hier nicht drücken? Doch, kann ich Dann können wir doch nochmal hier alle meine Ähnchen spielen, oder? Ähm Ach, ich kann hier mehr So, ne Habe ich besser bekommen als hinbekommen als bei Sork Aber Was ist denn hier eigentlich los? Das war doch bei Sork auch Da war doch dann ein Schlüssel da gelegen Hm, da kann ich doch bestimmt hinter das Tavir gucken Und dann ist da irgendwas Das kennen wir doch schon Das kennen wir doch schon Warum kann ich denn das jetzt hier nicht? Das ist doch doof Hm, egal Schade Da liegt bestimmt wieder ein Schlüssel drin Für eine Lampe Ho 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 Ähm Jetzt sagt sie gar nicht mehr hier Hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr Die ganze Zeit ihr hier zu sagen Ach, und was liegt denn hier? Hier, hier Oh, oh, oh Just a little love Oh, oh, oh A little affection Here from you Hear from you Edith and Betty Penfold Oh, scheiße Dann müssen wir jetzt doch in den Keller gehen, ne Weil ich jetzt schon fertig bin Und wie spät haben wir denn? Oh, wir haben ja erst zwölf Minuten oder so gedreht Ja Ja, kennen wir schon Ach, scheiße Ich habe gehofft, ich kann mich hier so lange aufhalten Ja, okay Oh, ich will aber nicht Oh, ich will aber echt nicht, Leute Scheiße Die Geräusche packe ich hier unten auch überhaupt nicht Hier steht noch so eine Lampe Ich hätte gerne noch eine zweite Kann ich um mich umschlagen Puh, keine Ahnung Also das sind halt alles so alte Ja Boah, nee, Leute, echt nicht Habe ich jetzt hier Absolut Haben wir da eine Axt, bitte Ja Kann ich die bitte mitnehmen Warum nicht Warum Und wie sieht die eigentlich aus? Was ist denn das für eine komische Axt? Sieht ein bisschen komisch aus Bisschen zusammengeschustert hier Wie bei Wie ist das? Minecraft Minecraft Ist hier nicht der Hohlraum? Keine Ahnung Keine Ahnung Hier Nein, nicht hier Verdammt Bist du das will, Thomas Wo bist du gewesen? Okay Ähm Warum siehst du mich so an? Alter, was ist hier unten los? Kommt noch was? Diese verfluchte Schusswunde Brennt wie Hölle Okay, also hier unten ist wirklich der Will und der Tom Geister von den beiden Warum siehst du mich so an? Ich heiße Tom Oliver Aber was geht dich das an? Mich? Mich geht das einiges an Meine Herrschaften Weil ich bin die einzige lebende Person hier noch Es ist 1647 Es kommt mir spät vor Zu spät vielleicht Du solltest jetzt besser gehen Ja Ich würde auch gern gehen Ich kann aber nicht Weil ich meinen verdammten Bruder finden muss Der sich hier in irgendeine Scheiße reingeritten hat Hm Meinst du, ich hab da Bock drauf, oder was? Eigentlich nicht In diesen Mauern wandelt das Böse Ja Das hab ich auch schon gemerkt Echt Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, das sind die Tische 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Keine Ahnung Kann ich hier nicht gerade ausgehen? Muss ich jetzt wieder hier so zurückgehen? Anscheinend Hier Ich weiß Hier Ja, hier ist besonders toll Was? Ach, das ist die Kamera We should never come down here We should never come down here Alter Wo bist du jetzt hingeflogen? Bist du hier an diese Tischdinger daran geflogen, oder was? Ah ja, und da ist dieser Hohlraum Ach nee, Leute Echt nicht Das ist doch nicht witzig Hier Mir gefällt dieser Ort nicht Wir hätten nie herkommen sollen Ja Mir gefällt der Ort hier auch nicht Eine Riesenapparatur Der Neidl ist echt ein schlaueres Kerchen hier Nein 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 Genau Wieder zumachen Gut Das hast du mir eben schon gesagt Oben Ich hab sogar schon hier so eine kleine Barde über dich gesungen Äh Ach, die ist zu Okay, dann müssen wir doch an das Loch gehen Ja Ja, ich weiß Okay, aber wir haben jetzt auch schon wieder ungefähr 20 Minuten Das heißt, es gibt eine kleine Sneak Peek Oh Gott, aber auch nur eine kleine Ja, da kann ich die Lampe anmachen Okay, komm, machen wir noch Leute, oder? Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein Ja Da stehen noch irgendwelche Zahlen Okay Ah, 13 118 Ich will mich eigentlich gar nicht umdrehen Sprite, Sprite Ich hätte auch gerne eine Sprite jetzt Da kann man irgendwas reinstopfen? Vielleicht Das da? Nein Kann man nicht Warum nicht zum Stopfen? Ja Ich hätte auch niemals hier runterkommen sollen Verdammte Axt Okay, Leute Was uns hier unten Interessantes erwartet Weil irgendwas hat der Nigel ja hier ganz Aufregendes entdeckt Das schauen wir uns erst das nächste Mal an Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen Und meine kleine Gesangseinslage auch Ja, ich fand es cool, dass mir gleich so schnell irgendwie so eine kleine Melodie eingefallen ist Und dann sehen wir uns morgen Abend wieder Tschö Schlaf gut We'll see you next time Bye 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 Bye